Die ideale Straße wäre eine Straße ohne Verkehr, weil das Gefährliche auf der Straße ist eigentlich immer nur die anderen Autofahrer, die sehr oft unkontrolliert mit ihren Autofahren und dann Unfälle bauen. Die schönste Straße wäre eine schnurgerade Straße, wo überhaupt keiner fährt, wo man nur selber fährt. Das pick.